Österreich ist nur ein ganz kleiner Fleck, den man auf der Landkarte sehr schwer entdeckt. Doch unser Glas Landl hat man überall gern. Warum das so ist, ja das wird's jetzt gleich hören. Die Musik, die Musik kommt aus Österreich, aus Österreich. Aus Österreich, die Musik, die Musik kommt aus Österreich. Das merkt doch jeder gleich. Die Ziehharmonika, die Ziehharmonika, kommt nicht aus USA, kommt nicht aus USA. Und die Klarinetten, nicht aus Hongkong, wollen wir betten. Und die Gitarre, und die Gitarre, kommt nicht aus Afrika, warum das so ist, ja das wissen wir ganz weiss. Die Musik, die Musik kommt aus Österreich, aus Österreich, aus Österreich, aus Österreich. Die Musik, die Musik kommt aus Österreich, das merkt doch jeder gleich. Der Amadeus war, der Amadeus war, aus Salzburg dieses Jahr. Und auch der Johann Strauss, war in Österreich zu Haus. Und auch für Eich heut Nacht, Und auch für Eich heut Nacht, wird super Stimm und Mocht. Super Stimm und Mocht. Was meint's, wo sind wir her? Das ist doch nicht so schwer. Die Musik, die Musik, kommt aus Österreich, aus Österreich, aus Österreich. Die Musik, die Musik, kommt aus Österreich, das merkt doch jeder gleich. Drum ist unser Land, auf der ganzen Welt bekannn, und alle mögen uns gern, weil sie unser Musikern. Die Musik, die Musik, kommt aus Österreich, aus Österreich, aus Österreich. Die Musik, die Musik, kommt aus Österreich, das merkt doch jeder gleich. Die Musik, die Musik, kommt aus Österreich, aus Österreich, aus Österreich. Die Musik, die Musik, kommt aus Österreich, das merkt doch jeder gleich. Das merkt doch jeder gleich. Ja, das merkt doch jeder gleich. Untertitelung des ZDF, 2020